Es ist halb vier nachmittags und ich trage den Helgi Tauber Pulli, wie man hier höchstwahrscheinlich sehen kann. Simple Fences Dr. Pepper Energy. Ich bin ein wärtigerer Lunge und habe hier noch ein Paket vor ungefähr einer Stunde aus der Packstation rausgeholt. Das ist jetzt wirklich das letzte dieses Jahr, aber sonst kommt morgen raus oder drüben morgen. Hätte ich ehrlich gesagt nicht gedacht, aber das ist noch so schön und groß. Ich dachte mir, das packe ich jetzt einfach nochmal aus. Ja, ich bin jetzt den vierten Tag nicht besoffen gewesen. Heute bricht der fünfte an und es fühlt sich wirklich gut an. Muss ich einfach mal so sagen. Ich bin wieder etwas glücklicher. Diese ganzen Suchdepressionen fallen weg. Die schlechte Laune hat sich ja auch in meinen Videos bestimmt gezeigt. Ich lese ja eure Kommentare auch immer durch und weiß, dass es alles nicht an euch vorbeigeht. Und es ist wirklich ein überwiegender Teil, der mir mittlerweile nicht mehr zutraut, dass zum Jahresanfang sich etwas ändert. Aber naja, es ist ja meine Aufgabe, euch das Gegenteil zu zeigen. Also es ist zwar nicht meine Aufgabe, aber ich tue es trotzdem. Was geht's denn mal hier? Wirklich ein feines Paket. Ich bin mir jetzt ehrlich gesagt nicht sicher, wer gemeint ist. Ich rede einfach mit zu vielen Leuten, um mir alles zu merken. Ist nicht besser gemeint, aber ich habe es wirklich lange überlegt, wer das ist. Schreibt mir nochmal irgendwo, ich will das wissen, sonst kann ich nicht ruhig schlafen. Es ist lustig ja, dass sie dieses Chibo-Zeichen hier überklebt haben. Naja, warum auch nicht? Danke erstmal für das fette Paket. Das hat bestimmt einiges an feinstem Port gekostet. So, jetzt bin ich ja wirklich mal gespannt, was da drin ist. Aber übrigens nochmal, in eigener Sache, es ist jetzt noch, welchen haben wir jetzt? 27? Ne, 26. Drei Tage im Fanshop, das Funt Angels Exclusive T-Shirt erhältlich. Oh Gott, Junge. Wenn ihr eins haben wollt, dann behält euch. Ich wollte es ja nochmal sagen. So. Gehen wir uns erstmal den Brief. Machen es spannend. Was ist denn das? 10 Pfennig. Fein, fein für die Geldsammlung. Max, du alter Posaunenchorleiter. Da, der unsere letzte Fanpost imponiert hat, Zitat, mystische Box, gibt es hier Teil 2. Im tiefsten Inneren befindet sich der goldene Schatz. Zwei Liter göttlicher Saft. Ne, oder? Wehe, das ist Goldkohl. Na gut, die Mindestparte ist ja bald in anderthalb Wochen. Da könnte ich die sinnvoll verwenden, aber bitte schickt mir keine Goldkohl mehr. Oh, heikah. Mit freundlichen Grüßen, der Tumor, ne, der Fulrohr. Hier noch ein Gedicht geschrieben von den Erstellern und Bier und Bremen. Was? Der Fisch ist kein Bär, der Bär ist kein Fisch, der Tisch ist kein Stahl, der Stuhl ist kein Tisch. Das ist da von Buddy Irgün. Na, da, was wir ihm lassen. Ich hoffe, ich habe niemanden damit getriggert. Mein Daumen ist manchmal sehr vorlaut. Der Schädel des Obers ist verschollen. Ich tue im Altersheim herum tollen. Ich weiß es ganz genau. Saufer Wein bis zum Morgengrau. Der Runde, Rundweg ist nicht rund. In dieser Box ist kaum schund. Also viel. Acht eh. Na gut, ein vielversprechendes Vorwort dringen wir ein. Ich sehe schon wieder Pappenmüll bis zum Mullen. Acht eh und oin. Das ist doch schön. Das erfolgt mein Herz. Das Früchtelager wurde übrigens wieder aufgestockt. Shoutout an das Medenvieh, das mir diesen wirklich sehr feinen Obstkorb zu Weihnachten schenkt. Ja, und der Abwasch wird auch gemacht. Ganz ruhig. Alles gut. Es schimmelt nichts mehr. Ich weiß, es waren noch die Zeiten, aber... Als Junge, ich habe meinen Kalender gar nicht aufgerubbelt. Ich hoffe, das bringt kein Unglück. Naja, das werde ich jedenfalls tun, nachdem ich das Video hier gemacht habe. Ich hoffe, ich sah eine Fette ab. So. Weiter geht's. Dieses iPhone raubt mir wirklich manchmal die Sinne. Ich habe keine Ahnung, warum das Video jetzt abgebrochen hat. Ich hätte es so schön in einem Stück hochladen können. Jetzt wahrscheinlich wieder fünf Stunden geschätzt mit Rändern. Also zusammenfügen. Nächstes Jahr gibt es das erste, dass man neuen Plätze übrig. Das ist die erste Maßnahme. So. Ach Junge, dieses Verpackungsmaterial macht mich wahnsinnig. So, was haben wir hier in der Zeitung? Heidi, du bist der blanke Horror. Hier sucht die Polizei ein Mordropfer. Ich denke, hier ist keine spezielle Schlagzeile, die mir gewidmet wurde. Und die Zeitung dient mir aus Dämmmaterial. Fangfrei, ich bin wirklich wütend. So. Pappen. Junge. Das ist einfach meine Küchenrolle. Eine ganze Küchenrolle. Okay, das hat ja wenigstens noch einen tieferen Sinn. Das kann ich wirklich gut gebrauchen. So, dankeschön für diese Küchenrolle. Leere Dosen. Ich habe übrigens sehr schwere Schlafstörungen. Aber das wisst ihr. Das liegt, glaube ich, nichts auf. Also jedenfalls, seitdem ich nichts gesoffen habe, kann ich eigentlich so gut wie gar nicht schlafen. So, habe ich auch immer gemerkt, wenn ich besoffen war, kann ich gut einschlafen. Wenn nicht, dann nicht. Bis mal wieder eine weitere Nacht, die eigentlich keine Nacht ist, sondern eher eine Nachtschicht. Oh, was soll es? Ich werde schon da nicht sterben so schnell. So, gucken wir mal, wie es jetzt hier weiter kommt. Alter, nee, hat auf. Moment, ist das so genau? Ist so genau verschlossen. Shoutout an Mainuri, der mir letztens schon dachte, mit einem Blas von Valentin eine Freude machen zu können. Das ist genau dasselbe. Das gab es irgendwo gratis dazu. Ich weiß gar nicht mehr, wo. Hat er mir erzählt. Aber ich esse eigentlich nur Mellade und Nutella esse ich nicht mehr, seitdem die Palmfett verwenden. statt dem, was wir ja früher verwendet hatten, weil das mir jetzt nicht mehr schmeckt. Naja, ich werde es mir trotzdem reinquälen, wenn ich mal nichts Besseres da habe. Danke. Okay. Jetzt können wir erstmal aufhören, das Zeug hier auszuräumen. Alter, hier sieht es aus. So. Was ist das? Was ist denn das? Hier. Nein. Okay. Ich sehe, da rinne jetzt nicht wirklich ein singend. Ja, das ist entsorgen. Spray Duster. Oh, das ist natürlich immer gut. Kann man immer gebrauchen. Also Druckluft ist das. Kann man schön sauber machen, zum Beispiel, wie man hier sieht, solche Dinge, wie eine Tastatur. Sehr nett. Das ist auf jeden Fall richtig nützlich immer. Das Leergut ist ja mittlerweile auch schon ganz schön angenehm. Feinster Pfand. In Wert von zwei deutschen Euro. Oder auch französischen Euro. Na, egal. Achso, wir haben gar keinen Becher. Die Kleingeldbestände sind sehr gering, weil alles abgegeben wurde. Ganz, ganz traurig. So. Feinstes, braunes. Okay. Hm. Noch eine Küchenrolle. Das ist geil. Schön. Könnte öfter mal sowas reinlegen. Also solche Sachen, wie diese Küchenrollen oder hier so ein Druckspray. Das sind so Sachen, über die ich wirklich mich freue, weil sie halt wirklich nützlich sind. Natürlich nach Kleingeld und Pfand in der Top-Liste der feinsten Fanpost-Inhalte. So. Was natürlich ganz oben ist in dieser Liste. Der häufigst geschickte Inhalt ist Schnaps. Hm. Mal gucken, ob das mal wieder bestätigt wird jetzt hier. Nee. Sieht nur nach Schnaps aus. Eigentlich. Oh, schöner derber Müllweitel. Das könnte ich auch immer gut gebrauchen. Tragetasche von AOK. Junge, was ist mit meinem Daumen? Meine Sleep-Life-Balance ist top. Das passt aber gerade wirklich wie der Arsch auf den Nachttopf. Geil. Okay. Ich komme nach Zwickau. Doch, bei der übernächsten Mindestpartei komme ich nach Zwickau. Ich habe das in der Sparkasse Zwickau. Ich finde es auch interessant, wie diese Fanpost hier strukturiert ist. Also, ihr habt wirklich Mühe gegeben, eine Fanpost in der Fanpost zu machen. Übrigens, jetzt nochmal kurz was in eigener Sache, beziehungsweise in anderer Sache, genau. Mich hat jetzt jemand angeschrieben, ob er mir denn nicht, um Proto zu sparen, weil er möchte gerne den Cognito Spastiker und dem Herr Klenk Fanpost schicken, mir einfach in einem großen Karton meine Fanpost einmal schickt und dann noch zwei Pakete, die ich den anderen halt dann gebe. Und ja, das ist möglich, müsst ihr einfach nur den Namen auf die Kisten schreiben, die dann sich in einem großen Paket finden und ich gebe es dann den anderen. Dann spart ihr natürlich Porto, könnt ihr natürlich mit jedem machen, der hier in Dresden wohnt, außer beim Hector Panzer, weil der wohnt ja in Bayern. Das wäre auch kein Problem, wir müssen halt natürlich immer dann noch auf den kleinen Karton groß drauf schreiben. Das ist für den und den. Wollte ich nochmal sagen, damit ihr nicht irgendwie denkt, mehrmals Porto bezahlen zu müssen, falls ihr Interesse habt, mehreren Leuten hier was zu schicken wollen. So, ich werde es natürlich auch weiterreichen, sieht man ja dann im Endeffekt auch. Ein Pfennig, fünf Cent, das Geld hier drin. So, noch so ein Kram. Die Rasse Kerzen. So. Alles so gut eingepackt hier. Was ist das denn das? Ist das eine Stummkätze? Die, die hebe ich aber auf. Ne, Alter. Schon wieder kommen halt hier eine Junge. Ich raste aus, ich esse das nicht. Das kriegt alles so sehr. Junge, das ist ein Köppel. Scheiße, also das sind vier Gläser. Also insgesamt fünf Gläser. Ich kack mir in die Hosen, mein Witz. Oh Mann. So. Hm. Na ja, gut. So, bleib ich mir mal messen. Oh ja, ruhig. Was ist denn das? Happy Cube, Känguru der Mathematik. Ach, immerhin das Känguru der Mathematik. Da habe ich immer damals teilgenommen, als ich noch jung war. Und noch nicht mein Leben weggesoffen habe, etc. Na ja, ich war schon mal ein Träger-Nerd. Das ist interessant. Da ist irgendwas weihnachtlich Anmutendes drin. Ich werde das Handy jetzt mal kurz abstellen. Und, äh... Okay. Jetzt habe ich es runtergeschmissen, Alter. Das klingt nicht gut, jetzt habe ich es zerstört, Alter. Wenn das jetzt kaputt ist, ich raste hier völlig aus. Ohne Witz. Wenn das jetzt kaputt ist, dann dreh ich ein Rad. Mein Nachbar ist mir schon nur aufgewacht. Oh nein. Anti-Fett-Shampoo, damit die Haare nicht mehr so fettig sind. Das heißt wirklich Anti-Fett. Okay, äh... Ich weiß zwar nicht, wie ich drauf komme, aber das bekommt er auch derselbe. Okay. Scheiße. So. Ja, er wird mich dafür wieder mal schlagen. Pints des Rot-Geld, oder Braun-Geld auch genannt, in Plastik. Taschentüchen. Boah, Schlüsselbänder, warum? Ein Rad von dem Stuhl, das ist genau von der Firma Sonomix. Äh, den Stuhl, den ich Ihnen vorgestellt habe, von meinem Review-Kanal. Das hat was so hier rollen. Okay. Spielkarten. Ich liebe dich. Gott, alter. Gott. Punkt, net, junge. Das ist, ja, hier, das hat mir schon schön erblickt kurz. Das wurde aber brutal zerrissen. Ich bin ja gespannt, ob das noch funktioniert. So eine LED, äh, wie heißt das, Lichter, Ketten, Schlauch, Ding. Hm. Ich habe jetzt schmort durch und brennt mir die Bude ab. Was für ein Schraub? Ah. Was ist denn das? Eine Münze, das ist auf jeden Fall. Shell. Naja. Okay, das sind noch Harten, Schmutz, Schmarrn und Dreck. Hier ist eigentlich ein Kleingeld, was ich dann aber noch aussitieren werde, nachdem ich dieses Video beendet habe. Oh, nee. Einige Ahnen jetzt bestimmt schon, was hier in dieser Küchenrolle eingewickelt ist. Ich habe es gerade in der Hand gehalten und gespürt, wie die Konsistenz ist. Es ist Mindestwein. Ich habe Goldkrone erwartet und schon gesagt, nein, bitte nicht. Und jetzt ist es Mindestwein. Ich wusste, dass es noch schlimmer kommen kann, aber wirklich erwartet habe ich es nicht. Mindestwein, oder? Es ist Mindestwein. Dann werde ich gewissen Menschen einflößen an Silvester. Oh Mann. Mindestwein, ey. Was ich damit ins Leben gerufen habe. Immer wieder halten mir Leute einen Kanister Wein an den Mund und sagen, ja, ist auf. Du sorgst doch mal so gern Wein. Ich hasse diesen miesen Mistwein. Es ist ja ganz lustig gewesen, damals mit Arno Dübel und so, der den gekauft hat in dieser Reportage. Aber der schmeckt nicht. Du kriegst Kopfschmerzen, das ist einfach nur sinnlos besorgen. Mindestwein zu trinken ist das ziemlich das Primitivste, was es gibt. Ich, äh, nee. Eine Zeit lang macht das Spaß und da ist es ganz lustig. Aber irgendwann kriegst du das Zeug nicht mehr hinter. Tut mir leid. Ey, du bist voll abgehoben. Du trinkst kein Mindestwein mehr. Nee, sorry. Es ist... Die Leute, die das noch nie getrunken haben, die werden wahrscheinlich, ich wissen, wenn man nicht redet, aber die Leute, die vielleicht drei, viermal in ihrem Leben mindestens mehr getrunken haben, die werden vielleicht nicht verstehen, was ich meine. Aber wenn ihr das an mindestens zehn Artigem getrunken habt, dann wollt ihr das mir wehder tun. Glaubt mir. Okay. Hier ist noch eine Menge, naja, feinstes Kleingeld drin. Das werde ich noch aussortieren. Und an sich war es ein unterhaltsames Paket auf jeden Fall. Vielen Nass, Darm, äh, für die ganzen feinen Dinge, die hier drin waren. Das Braungeld und... Ja, danke schön. Äh, ich wünsche euch... Alle Jungen, die versuche, ich weiß. Ja, es ist auch scheißegal, wie ich aussehe. Es ist einfach wirklich... Es ist egal, wie ich aussehe. Ich muss nicht schön sein. Äh, äh, ich, äh... Hoffe, ihr hattet alle ein schönes Weihnachtsfest. Habt Zeit mit eurer Familie verbracht. Anderen Freude gemacht. Euch wurden Freuden bereitet. Und ihr rutscht alle gut rein ins Neue Jahr. Sprengt euch nicht die Hände weg mit irgendwelchen Polenböllern. Ist auf, nicht zu viel. Und... Ja, nehmt euch nicht zu viel vor fürs Neue Jahr. So wie ich. Naja. Kriegen wir da alles hin. Übrigens, der Silvester-Vlog kommt auf Vidmi. Aber dazu später mehr. Ich sage jetzt erstmal wirklich Tschüss. Ich räume jetzt hier auf. Und dann... Werde ich mich bestimmt noch ein paar Mal befriedigen. Dann gehe ich... Irgendwo essen. Dann... Gehen wir ganz essen mit der Familie. Mmmh... Das wird schmecken. Aber als erstes wird das mal abgewaschen. Es ist... Ja gut, es ist schon mal besser geworden. Ja gut, es ist schon mal besser geworden.